Es gibt einen neuen Player auf dem Made in Germany Markt und das ist Hookamers. Mit der ersten Pfeife, die Blessed Black Forest, die jetzt rauskommt, wollen sie mit einsteigen. Was die Pfeife so kann, wie viel sie kostet und ob sie das wert ist, alles nach den Cinematics. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. So, ich hoffe die Cinematics haben euch gefallen. Die Blessed Black Forest. Wie gesagt, eine Made in Germany Pfeife, was auf jeden Fall schon mal herausragende Qualität verspricht. Wir müssen aber direkt mit einem kleinen Schocker bei dieser Pfeife einsteigen. Und das ist der Preis. Normal fängt sie an bei 350 Euro und wenn ihr die Kristallglas Variante haben wollt, dann geht sie sogar hoch auf 390 Euro. Das ist fast so viel Geld wie eine Stimulation Ultimate, was dann aber auch eine Vierschlauchpfeife ist und auch ungefähr so viel Geld wie eine Edition 5 Premium. Sowohl Aeon als auch Stimulation kosten in den Einschlauchvarianten deutlich weniger Geld. Ob die Pfeife dafür auch deutlich mehr kann oder was sie besonders macht, gucken wir uns an, wie immer, anhand unserer normalen Review-Punkte. Verarbeitung und Qualität, Optik und Design, Rauchverhalten und das alles nochmal zusammengefasst in ein finales Fazit am Ende. Man muss fairerweise dazu sagen, dass die Pfeife im Moment im Angebot ist. Schon eine geraume Zeit und ich weiß nicht wie lange noch, aber immerhin ist sie aktuell ein bisschen günstiger. Die günstigsten Modelle gehen aktuell los bei 285 Euro und wenn ihr das Kristallglas nicht vermissen wollt, dann müsst ihr trotzdem 320 Euro bezahlen. Also man kann ein paar Euro sparen und da es den Angebotspreis jetzt schon ein bisschen länger gibt, würde ich fast sagen, ist das der normale neue Preis. Also würde ich auch alles, was Preis-Leistung angeht, mit diesem Preis berechnen. Normal fangen wir an mit Qualität, Verarbeitung und Materialien. Das würde ich aber gern bei der Pfeife relativ kurz halten, wobei es trotzdem einen wichtigen Punkt gibt. Die Gewinde laufen wie Butter. Die Verarbeitung sieht hervorragend aus, wir haben keine Macken, die Pfeife ist super entgratet, es läuft alles wunderbar. Und das muss auch so sein für den Preis. Und deswegen kann man Verarbeitung, Qualität und Materialien relativ schnell abhaken. V2A, V4A, Edelstahl, wir haben in meinem Fall super schönes Kristallglas, die Gewinde laufen, die Gewinde sind super geschnitten. Der Teller ist wunderbar entgratet, also da passt alles 1A. Und in dieser Kategorie kann sich die Pfeife easy mit Stimulation und Ion messen. Ich würde sagen, die ist auf demselben Niveau. Ihr seht übrigens auch noch, dass hier noch ein paar Teile extra nebendran liegen. Das ist relativ wichtig, weil die Pfeife kann man ein bisschen umbauen. Ich habe sie jetzt gerade in der kleinen Variante, weil sie sonst fast gar nicht mehr auf die Kamera passt. In der kleinen Variante ist sie trotzdem nicht so klein. Bis zum Kopfadapter ist sie ungefähr 49 cm hoch. Und dann kann man noch eins von diesen Teilen hier dazu setzen, was sie nochmal ungefähr 12 cm größer macht. Dann wären wir also bei 61 cm für die große Variante, was schon wirklich sehr, sehr groß ist. Übrigens können wir nicht die beiden Teile gleichzeitig verbauen, um sie dann nochmal größer zu machen. Dieses Teil ist zum Austauschen. Und zwar habt ihr die Wahl, ob ihr entweder das obere Rauchsäulenelement nutzen wollt, das einen Schliff mit drin hat. Oder ob ihr ein Rauchsäulenelement verbauen wollt, wo ihr den Kohletellern fest verschraubt. Für Bars könnte das besonders interessant sein. Für daheim wüsste ich ehrlich gesagt nicht, warum ich meinen Teller fest verschraubt haben will. Zum einfachen Saubermachen ist das angenehm, wenn man den rausnehmen kann. Und wer möchte, könnte natürlich auch noch einen Molassefänger draufsetzen. Und das dritte Teil, was hier liegt, ist ein Durchzugsvermünderer. Das wird aber erst interessant, wenn wir dann auch über das Rauchhalten reden. Nachdem wir also die Verarbeitung und den Lieferumfang relativ schnell abhaken konnten. Es ist kein Schlauch mehr dabei, es ist kein Mundstück mehr dabei, kein Kopf, kein Aufsatz. Die Pfeife kommt komplett nackt. Es ist nur die Pfeife mit dabei. Und eben die Extrateile zum Umbauen. Springen wir also direkt zum nächsten Punkt. Optik und Design. Und wie immer muss ich kurz vorneweg sagen, das muss natürlich euch gefallen. Mir persönlich gefällt sie ganz gut. Ich bin aber nicht hin und weg. Also die Base ist mir durch ihren doppelten Aufbau hier mit dem oben drauf gesetzten, zumindest ist das angedeutende Element, ein bisschen zu hoch. Vor allem dafür, dass die Bowl schon so hoch ist. Aber wie immer, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Es wird mit Sicherheit Leute geben, die sagen, das ist die schönste Pfeife, die ich jemals gesehen habe. Müsst ihr also selbst wissen. Was mir aber an der Optik sehr gut gefällt, ist das cleane Design. Habe ich euch ja schon häufiger erzählt, dass mir das zum Beispiel auch bei Stimulation sehr gut gefällt. Und so ist das eben auch bei der Pfeife. Eine Sache will ich aber kritisieren, die ich persönlich überhaupt nicht schön finde. Und das ist, dass der Schlauchanschluss hier so unglaublich weit rausguckt. Wir haben einen 18-8er Schlauchanschluss. Aber ich finde das bei der Pfeife relativ unnötig. Dadurch, dass die Base eher schmal ist und hoch, hätte ich mir tatsächlich gewünscht, wenn das nicht mit einem Schliff geht, dann fände ich bei der Pfeife eine Lösung mit O-Ringen trotzdem besser. Wie das viele russische Pfeifen haben, wo der Schlauch an der Seite reinkommt bzw. rausgeht, wäre mir das lieber, wenn die mit zwei O-Ringen an einem Schliffanschluss oder sowas dran wäre. Und dann wird das meiner Meinung nach besser passen. Wenn ich die jetzt aber einfach mal wieder so für euch umdrehe und wir den Rest angucken, dann finde ich sie ziemlich hübsch. Was eben auch genial ist, ist, dass ihr euch die Größe aussuchen könnt. Ich habe sie zum Beispiel relativ häufig, wenn sie irgendwo auf einem Tisch steht. In der großen Variante habe ich sie aber auf dem Schreibtisch geraucht oder zu Hause auf dem Couchtisch. Dann habe ich sie einfach in der kleinen Variante geraucht. Dann hat das auch wunderbar gepasst, ohne dass der Kopf jetzt irgendwie mega im Bild vom Fernseher oder sowas hing. Und abschließend zur Optik, der Blow-Off. Der zieht natürlich auch noch mit rein. Ich persönlich finde ihn schön. Wir haben nur einen Blow-Off. Es gibt keine umbaubaren Blow-Offs oder ähnliches. Ich finde den Blow-Off, der dabei ist. Aber schön. Wir haben mehrere Bohrungen, die in der Base sitzen. Und aus jeder dieser Bohrungen kommt der Rauch zur Seite raus weg. Und bildet dann praktisch einen Teppich aus Rauch. Plus, man kann mit dem Blow-Off sehr schön rumspielen. Wenn man nämlich kurz stoßartig pustet, dann kann man sogar mit dem Blow-Off kleine Ringe hinkriegen. Was natürlich auch sehr geil aussieht. Ich zeige den euch nochmal hier, aber ihr habt ja schon die Aufnahmen gesehen. Wenn man den Blow-Off, so wie ihr jetzt gerade komplett von der Seite sieht, also die Kamera ist fast auf derselben Höhe wie der Blow-Off, dann sieht der relativ unbeeindruckend aus. Wenn die Pfeife aber vor ihm auf dem Tisch steht und man guckt ein kleines bisschen von oben drauf runter, dann sieht das schon sehr, sehr geil aus. Ihr kennt ja meine Meinung mittlerweile zu den Blow-Offs. Schön, dass wir Pfeifen hatten, die zwischen 2, 3 und 5.000 verschiedenen zu wählenden Blow-Offs. Schön, dass es das alles gab. Aber ein schöner Blow-Off reicht mir eigentlich. Also ich muss da nicht eine zu krasse Wissenschaft draus machen. Ich finde, das Spiel wurde durchgespielt. Das war schön, das einmal durchzuspielen. Wer das möchte, hat auch eine große Auswahl an Pfeifen, die viele verstellbare oder umbaubare Blow-Offs haben. Aber mich stört das nicht weiter, dass die Pfeife nur einen Blow-Off hat. Wer das allerdings möchte, ist wahrscheinlich bei anderen Pfeifen besser aufgehoben. Und dann kommen wir zum wichtigsten Punkt. Und das ist für mich auch wirklich das Aushängeschild dieser Pfeife. Das Rauchverhalten. Als erstes einfach mal kurz die Durchzugsmessung, damit ich das Ganze hier mit Daten und Fakten belegen kann, was ich gleich erzähle. So, um den Durchzug bzw. eher den Widerstand der Pfeife zu messen, machen wir einmal die Pumpe an. So, das Ganze ist schon wunderbar genullt. Und drauf ist gerade der Durchzugsverminderer. Und mit dem verminderten Durchzug kommen wir auf 300. Das ist, würde ich sagen, wunderbar für einen Durchzugsverminderer. 1A. Okay, dann machen wir den mal ab und messen ohne. Beziehungsweise messen wir als erstes mit dem normalen Diffusor. Das hier ist der Verminderer. So sieht das aus. Unten ein Loch, keine Diffusorlöcher. Heißt, deutlich kleinere Fläche. Heißt, deutlich mehr Widerstand für die Leute, die es wollen. Und jetzt kommt der normale Diffusor. Der hat auch unten ein etwas kleineres Loch, aber an der Seite eben noch andere. So, wir sind immer noch wunderbar genullt. Und mit dem normalen Diffusor haben wir einen Widerstand von 145. Das ist auch sehr, sehr offen. Gut, jetzt nochmal ohne Diffusor. Und ohne Diffusor hat die Pfeife einen Widerstand von 121, 122. Das ist geisteskrank gut. Jetzt sogar 120. Das ist auf jeden Fall insane. Das ist geisteskrank gut. Alright, so viel zum Durchzug. Und da habt ihr es gesehen. 120 auf der Durchzugsskala, beziehungsweise nur 120 Pascal Widerstand, ist geisteskrank offen. Das schlägt eine Edition 4, das schlägt eine Edition 5. Das schlägt jede andere Pfeife, die ich jemals gemessen habe. Ich hätte tatsächlich gern mal eine ganz alte Ocean, um da nochmal den Durchzug zu messen, weil die hatten ja auch Tauchrohre wie Kinderbeine. Die waren geisteskrank. Aber habe ich leider aktuell nicht da. Aber von allen modernen Pfeifen, die ich bis jetzt mit dem Durchzugsmessgerät gemessen habe, ist das hier schlicht und ergreifend die bessere. Das heißt, wenn ihr sagt, ich will eine Pfeife kaufen, die den besten Durchzug hat, den ich noch haben kann. Oder den leichtesten. Wie gut ein Durchzug ist, ist ja immer Geschmackssache. Manche mögen das strenger, manche mögen es offener. Was ich aber eben meinte ist, mit gutem Durchzug ein sehr offener Durchzug. Also wenn ihr fast keinen Widerstand mehr haben wollt beim Ziehen, dann ist diese Pfeife die beste, die ihr kaufen könnt, schlicht und ergreifend. Und das gepaart mit einer coolen Optik und vor allem einer herausragenden Fertigungsqualität, die wahrscheinlich länger leben wird als wir, wenn man die halbwegs pflegt, ist schon sehr beeindruckend. Wer aber jetzt sagt, eigentlich finde ich die Pfeife wunderschön, aber ich will gar nicht so einen krassen Durchzug oder vielleicht will ich auch mal einen Mehrlochkopf drauf brauchen und dann will ich gar nicht so einen kranken Durchzug, hat Hooker Mörs dran gedacht. Und zwar gibt es dieses kleine Teil hier, das aussieht wie ein anschraubbarer Diffusor, allerdings ist da nur ein kleines Loch unten in der Mitte. Und wenn ihr den dran baut, dann habt ihr nicht mehr nur 120 Pascal Widerstand, sondern 300 Pascal Widerstand. Das ist immer noch relativ leichtgängig, das ist aber definitiv ein Bereich, wo ich sagen würde, jetzt kann man sehr, sehr angenehm mit einem Mehrlochkopf rauchen. Das heißt, die Pfeife kann groß sein, kann klein sein, kann für ein Funnel sehr gut sein, mit einem sehr offenen Durchzug, kann aber auch für einen Mehrlochkopf sehr gut sein, wenn ihr noch dieses Teil dran baut. Einziger kleiner Nachteil, wenn ihr den Durchzugsverminderer anschraubt, könnt ihr keinen Diffusor mehr benutzen. Das ist meiner Meinung nach nur eine Kleinigkeit. Und speaking of Diffusor, ich habe euch noch zwei Aufnahmen gemacht, einmal das Sound ohne Diffusor und einmal der Sound mit Diffusor. So, Test, wie die Pfeife klingt, einmal ohne Diffusor. Und einmal mit Diffusor. Ja, habt ihr gehört? Müsst ihr natürlich einfach selbst sagen, was ihr dazu denkt. Für mich persönlich ohne Diffusor schönes, kerniges, volles Blubbern und mit dem Diffusor fast keine Geräusche mehr. Also praktisch perfekt, um dabei noch einen Film zu gucken. Meiner Meinung nach sollte das genau so sein. Ohne Diffusor richtig gutes Blubbern und ordentlich lauter Krach und mit dem Diffusor nahezu lautlos, sodass man die Pfeife nicht hört, falls man Musik hören möchte, Filme gucken will oder irgendwie sowas in die Richtung. Zusammenfassung vom Rauchverhalten, geisteskrank offener Durchzug, wenn man es will. Angenehmer Durchzug auch für Mehrlochköpfe, wenn man es möchte. Der Diffusor ist geisteskrank leise und macht die Pfeife super smooth. Bei mir, wie gesagt, gerade die kleine Variante und ich habe den Diffusor dran. Es zieht sich wirklich butterweich. Also Diffusor auch absolut hervorragend. Und nicht nur der Durchzug kann super offen sein, wenn man das möchte. Auch der Blow-Off ist unglaublich leichtgängig. Da sind relativ große Kugeln verbaut. Es sind zwar nur drei Kanäle an Kugeln, die wir unten haben, aber die sind anscheinend mehr als groß genug, sodass man da ordentlich Rauch durchballern kann, wenn man das möchte. Man kann natürlich auch leichter pusten, dann kommt der Rauch etwas langsamer raus. Aber wer das will, kann da richtig reinballern und man muss sich keinen Kopf machen, dass irgendwie der Kopf geflutet wird. Kommen wir also zu der Zusammenfassung am Ende. Wir haben eine Pfeife, die schon sehr, sehr teuer ist. Dafür aber auch eine unglaublich gute Fertigungsqualität hat und ein unglaublich geiles Rauchverhalten hat. Meiner Meinung nach. Das Einzige, wo ich mich mit der Pfeife nicht perfekt anfreunden kann, wäre die Optik. Ich finde sie zwar schön, aber wenn ich mir überlege, was ich mir für über 300 Euro oder ungefähr 300 Euro alles kaufen kann, dann würde mir auf jeden Fall eine Menge an Pfeifen einfallen, die ich noch schöner finde. Wie gesagt, wenn ich nur was an der Optik aussetzen kann, dann ist das wirklich mein kleinstes Problem, weil das ist wie gesagt Geschmackssache. Wenn jetzt von euch jemandem die Pfeife gefällt, kann ich sagen, Qualität ist geisteskrank, Rauchverhalten ist geisteskrank. Wenn euch die gefällt und ihr so viel Geld für eine Shisha ausgeben wollt, weil 300 Euro ist wirklich nicht wenig Geld, dann kann man das auf jeden Fall machen. Wenn euch irgendwas an der Pfeife stört, würde ich wahrscheinlich vorsichtig sein, so viel Geld dafür auszugeben. Alles in allem, ein neuer Player auf dem Made in Germany Markt finde ich sehr, sehr geil. Es gibt nicht so viele Made in Germany Pfeifen und da ist es halt sehr schön, jemanden zu sehen, der eine Shisha bauen will, die mit hervorragender Qualität kommt und zwar so guter Qualität, dass ich mir sicher bin, dass die Pfeife länger leben wird als wir, wenn wir die ordentlich putzen und reinigen. Die Möglichkeiten, die Pfeife sowohl groß als auch klein, als auch laut, wie leise und mit sehr offenem Durchzug und sehr geschlossenem Durchzug zu rauchen, ist ein geiles Gesamtpaket. Ob das 300 Euro wert ist, müsst ihr am Ende des Tages wissen. Aber ich bin happy, dass ich eine da habe. Lasst mich gerne eure Gedanken zu der Pfeife unten in den Kommentaren wissen, Daumen nach oben und Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat und dann bis zum nächsten Mal, eure Shisha-WG.